Hallo Leute und willkommen zu diesem Video. Wisst ihr, ich gucke mir abends auch gern mal Videos an. Und dann sind es auch mal manchmal einfach solche Videos wie zum Beispiel iPhone 16 vs. iPhone 16 Pro, wo dann die Kamera verglichen wird. Und ich muss auch sagen, dieses Video, was ich gerade eben gesehen habe, das hat mich einfach nur wirklich aufgeregt. Die 5x Kamera sieht so gut aus, sie sieht aus wie eine DSLR Kamera. Und wisst ihr was, das regt mich innerlich so krass auf. So, wieso vergleichen wir das bitte mit einer DSLR Kamera? Erstens, DSLR heißt Spiegelreflexkamera, das heißt, es ist noch eine ältere Kamera. Es spielt aber keine Rolle, ob es jetzt DSLR oder DSLM ist, weil es Kameras. So, und zweitens, wie zu vergleichen die das mit einer DSLR Kamera? Nur weil es jetzt mehr reinzoomen kann und einen Portrait Modus hat. Das ist doch vollkommen Humbug. Meiner Meinung nach macht so eine DSLR oder DSLM Kamera aus, dass man einen RAW Modus hat und dass man die Schatten selber bearbeiten kann. Dass nicht selbst das Handy irgendwie die Schatten aufhält und dann so ein fertiges Image rauskommt. Das ist für mich keine DSLR Kamera. Also bitte. On the right here on the 16 Pro, you can obviously see that his face looks natural, it is not wide, his ears are gone and his face just doesn't look natural. Das Gesicht sieht nicht natural aus, weil es nicht mit einer 5x Zoom Kamera fotografiert wurde. Warte mal, ich glaube, ich spinne. Das ist doch so dumm, so dumm kann man doch gar nicht sein. Erstmal Erklärung. So, dieses Portrait-Foto wurde wahrscheinlich mit der 2x Zoom Kamera aufgenommen. Das heißt, es sind umgerechnet ungefähr 50 Millimeter. Und das heißt, es ist ungefähr das Bild, was wir auch mit dem Auge sehen. Also 50 Millimeter. Und das sagen wir jetzt, das sei nicht mehr natural. Sag mal, ich glaube, ich spinne. 50 Millimeter ist das Naturalste, was es nur gibt. Fünfmal ist zu weit reingezoomt. Das sieht dann eher nicht mehr natural aus, weil es dann schon zu weit reingekroppt ist. Mag zwar besser aus sein, aber mehr natural ist es definitiv nicht. Und jetzt machen sie ein Portrait in der Nacht. Und jetzt sagen sie ja, fünfmal Zoom ist viel mehr reingezoomt und sie trägt viel mehr besser aus, weil der Hintergrund nicht mehr so distracting ist. Wieso geht ihr dann mit dem normalen iPhone 16 nicht einfach näher dran? Das ist doch auch direkt viel natürlicher, wenn man näher dran geht. Ich zeige euch mal, wie weit man mit dem iPhone 16 weggehen muss, um erstmal so ein Portrait machen zu können. Das sind ganz schön viele Meter, die man sich da entfernen muss. Mit dem iPhone 16 wäre das einfacher. Und ihr könntet dann mit der zweimal Zoom Kamera dann ein nettes Portrait aufnehmen. Was vollkommen super aussehen, wenn ihr mit dem Portrait Modus fotografiert. Wenn ihr von derselben Stelle aufnehmt, klar. Aber das ist ja auch nicht der Vergleich, wie man so ein Handy vergleichen sollte. Aber hier ist, wo wir die größere Unterschiede sehen. The iPhone 16 Pro obviously has the 5X Telephotocamera. And when zooming in and cropping in, this is crazy. I can actually see my wife's face in this picture versus the one on the iPhone 16. Gut, jetzt haben wir es geklärt, dass wir, wenn wir näher reinzoomen wollen, wir mit dem iPhone 16 gearscht sind. Ja, klar, es hat ja keine 5x Zoom Kamera. Das ist nun mal der Grund, weshalb man auf ein 16 Pro upgradet. And here is a great example of zooming in. The iPhone 16 Pro with the 5X versus the iPhone 16 with the 2X. But when we punch it in and frame it up, you can see a huge difference on that building. Ja, haben wir gerade schon gehört. Die 5x Zoom Kamera ist wirklich super. Ich würde sagen, aber einmal sagen reicht. Punching in, the 5X again did a really good job. And punching in further, you can actually read the text on the iPhone 16 Pro. Versus on the iPhone 16, you can barely see the text on that book. In diesem Beispiel muss ich euch ehrlich sagen, dass ich enttäuscht von der 5x Zoom Kamera bin. Ja, es hat zwar ein bisschen mehr Details, aber ganz ehrlich, so viel mehr sieht man da jetzt auch wieder nicht. Man kann ein bisschen besser die Schrift lesen, aber das ist nicht der Zweck einer 5x Zoom Kamera. Bei einer 5x Zoom Kamera mit 12 Megapixel sollte der Text richtig klar erkennbar sein. Man sieht hier aber Geschärfung noch hinzugefügt, was ehrlich gesagt nicht so geil aussieht für eine 5x Zoom Kamera. Und da finde ich die iPhone 16 Qualität reingekroppt schon erstaunlich gut. And on the iPhone 16 you can't even tell what it is and even the color. But on the iPhone 16 Pro and when punching in, wow, the difference is crazy. Und noch ein Vergleich mit der 5x Zoom Kamera versus die 1x Zoom Kamera. Ja, wie wir auch schon von den weiteren Beispielen am Anfang gehört haben, wissen wir, dass die Zoom Kamera einfach besser ist bei gutem Licht. Aber mal sind wir mal ehrlich, beide Images sehen irgendwie kacke aus. And here is a picture of our neighbor's horse and you can definitely tell a difference there. Ja, nochmal ein Beispiel, nochmal das 16 Pro besser bei der Zoom Kamera. Here is a picture of our dog using the digital zoom on the iPhone 16 and it just looks terrible. Und schon wieder. And with this waterfall, same thing with the 16 Pro, it just looks nicer when zoomed in. Und schon wieder. I essentially see no difference here in terms of quality, even though the iPhone 16 Pro shoots at 48 megapixels, when you look in the settings of the image, it defaults to 12 megapixels. So und gerade jetzt, wo es Unterschiede gibt, sieht er auf einmal keine Unterschiede mehr. Bei dem Makro-Bild sieht man doch jetzt ganz klar, dass es erstens weniger rauscht und zweitens mehr Details hat. Also ganz ehrlich, was ist denn mit dem los? Hat er seine Brille bei manchen Bildern nicht aufgehabt? Doch, also ich hab die Bildschirmauflösung hier auf 4K gestellt. Und ich muss ganz sagen, das iPhone 16 Pro sieht bei dem Makro-Modus schon besser aus. I tried to take a picture of the steering wheel and look what it did. It completely blew out the background with its dynamic range. I have no clue why it's doing this. And when you reframe and still focus on the steering wheel, it does not change. My thought is that the 48 megapixel on the ultra wide has worse dynamic range than on the iPhone 16. Jetzt stellt sich heraus, dass die neue 48 megapixel ultra weit wenkende Kamera weniger dynamic range hat. Boah, ein Drama. Wirklich. Und ich kann euch sagen, kompletter Bullshit wieder. Normalerweise sagt man ja bei richtigen Kameras, sie haben weniger dynamic range, wenn man die RAWs nicht mehr so krass aufhellen kann und die Schatten hochziehen kann. Hier bei dem iPhone wird das aber, wie gesagt, alles selber gemacht. Durch Algorithmen, durch die eigene Technik in dem iPhone mit Silber drin. Das heißt hier nicht, dass die ultra weit wenkende Kamera einfach von grundsätzlich her eine schlechtere dynamic range hat. Sondern einfach, dass die Software hier nicht funktioniert. Ich kann euch garantiert sagen, dass das iPhone 16 Pro das genauso gut hinkriegt, wenn das einmal dann vielleicht ein neues Update bekommen hat oder man die Belichtung selber regelt und einmal auf den Himmel drückt. And when zooming in to the 5x Telephoto or going further, which on the iPhone 16 Pro you can zoom up to 25x and when we match the framing, it is just unusable on the iPhone 16. Und ein weiteres Beispiel mit der 5x Zoom Kamera. Boah, ich hab das Gefühl, die Hälfte des Videos geht um diese 5x Zoom Kamera. Echt unglaublich. Wenn das bei dem iPhone 16 so kacke aussieht, dann nutzt ihn doch einfach nicht. Dann hast du auch diese ganzen Probleme nicht. There is a regular 1x shooting against the sun, which is a very difficult picture to take. And the iPhone 16 actually did a pretty good job. Yes, the sun is blown out on the iPhone 16. But on the iPhone 16 Pro it is much darker. Yes, the sun is blown out on the iPhone 16. Was für eine Scheiß wieder. Also ganz ehrlich, ja, das Gesicht ist hier viel heller und ist viel schöner erkennbar. Das finde ich gerade bei einer Kamera gut. Und ich kann euch sagen, bei beiden Bildern ist die Sonne ausgebrannt. Ihr könnt ja bei beiden hellen Bildern sehen, dass die Sonne weiß ist. Das ist das Indiz dafür, dass sie ausgebrannt ist. Es ist aber nichts Schlimmes, wenn sie ausgebrannt ist. Das können selbst die besten Kameras der ganzen Welt nicht tun. Weil denn die Sonne ist einfach das hellste. Und da kannst du mit einer Verschlusszeit von einer 200.000 still fotografieren. Und die wird immer noch ausgebrannt sein, weil sie eben so hell ist. Ist jetzt nicht schlimm, dass die ausgebrannt ist. Mir muss ja einfach sagen, das iPhone 16 hat einfach einen besseren Job gemacht mit diesem Foto hier. Weil das Gesicht da einfach heller und schöner ist. And here is that ultra wide during our practice. And the iPhone 16 actually did a better job on this one. Boah, Überraschung. Das iPhone 16 sieht bei der Ultraweitwinkelkamera in der Nacht besser aus als auf dem 16 Pro. Ich kann es nicht fassen. Doch, ich kann es fassen. Soll ich euch sagen, warum? Das iPhone 16 hat einen 12 Megapixel-Sensor und das iPhone 16 Pro einen 48 Megapixel-Sensor. Das heißt übersetzt auf Kamerasprache, das iPhone 16 lässt mehr Licht durch. Lässt mehr Licht auf jeden einzelnen Pixel. Das heißt, es kann heller werden mit gleichzeitig weniger Rauschen. Das ist nun mal die Konsequenz, wenn man mehr Megapixel in einen Sensor einbaut. Deswegen würde ich auch insgesamt bei einem iPhone sagen, ich finde 24 Megapixel sind die Maximalgrenze, die ein iPhone haben sollte. Wir haben jetzt schon bei manchen anderen Videos gesehen, dass das iPhone diese 48 Megapixel sowieso gar nicht abbilden kann. Das wurde dann mal mit einer richtigen Kamera auch verglichen. Dann auch mal mit einer A7 IV von Sony, die dann 33 Megapixel hat. Und Überraschung, selbst die 33 Megapixel bei der Kamera hatten mehr Details als die 48 Megapixel auf dem iPhone 16 Pro. Zeigt ganz eindeutig, dass halt nun mal das iPhone 16 Pro keine richtigen 48 Megapixel hat. Ihr solltet ihn nicht hochauflösender machen, sondern lieber den Sensor größer machen, sodass dann wieder mehr Licht reinkommt. Obwohl das iPhone 16 kann nicht die Qualität bekommen, die das 5X auf dem 16 Pro kann. Boah krass, das iPhone 16 Pro kann wieder nicht die Qualität halten bei dem 5x Zoom wie das iPhone 16 Pro. Und soll ich euch sagen, wieso das iPhone 16 manchmal besser aussieht bei den Selfies und manchmal bei dem iPhone 16 Pro besser aussieht? Das ist vollkommen egal, denn die haben genau die gleiche Kamera. Die haben auch ein LiDAR-Sensor da verbaut und das ist eigentlich nur Zufall, dass das eine jetzt besser aussieht als das andere. Ihr könnt da da jedenfalls keinen großen Unterschied erkennen. Ich muss euch sagen, dass mich das ehrlich gesagt vollkommen überrascht. Ich dachte, die benutzen beim iPhone 16 Pro bessere Gläser, dass das Licht weniger reflektiert und dann diese Flares gibt. Das muss ich euch sagen, ist fast wirklich komisch. And here is where we can see a big difference. The iPhone 16 does not have a night mode portrait. Whereas the iPhone 16 Pro has that LiDAR-Sensor that is very good at detecting how far the subject is away from the camera. And here you can just see a big difference. In terms of her shirt, you can see that there is definitely a lot more details and in the face. It just looks much nicer on the 16 Pro versus the 16. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ist es euch aufgefallen? Also mir ganz klar. Ich fand, dass das iPhone 16 ganz klar besser aussah. Ich kann es euch sagen, warum. Die haben hier den Night Mode bei dem iPhone 16 Pro benutzt. Das heißt, sie nehmen eine Aufnahme von 2-3 Sekunden auf. Was zwar mehr Licht einlässt, aber das Bild verwackelt halt. Es ist zwar nicht viel, wenn man wirklich still hält, aber es verwackelt trotzdem noch. Und deswegen sah der Portrait-Modus bei dem iPhone 16 Pro sogar schlechter aus. Und das zweite, was mir aufgefallen ist, ja, das sah heller aus bei dem iPhone 16 Pro, aber viel zu hell. Das Auto war vollkommen viel zu hell. Ich fand den kontrastreicheren Look bei dem iPhone 16 viel, viel besser. Und wie gesagt, der Portrait-Modus sah da auch besser aus. Der hat zwar gesagt, dass das Oberteil mehr Details hat, ich fand einfach nur, dass das ein bisschen mehr geschärft aussah. Mehr Details waren da ganz bestimmt nicht drin. Boah, und Überraschung. Die Makro-Bilder bei Nacht sehen bei dem iPhone 16 auch besser aus, als bei dem iPhone 16 Pro. Genau das gleiche Spiel wie vorhin. Das ist einfach der Ultraweitwinkelsensor, der hier eingesetzt wird. Der Ultraweitwinkelsensor hat 12 Megapixel anstelle von 48 Megapixel. Das halt einfach besser für Nachtaufnahmen ist. Und hier ist das letzte Bild von dieser Comparison. Und das war ein 30-second-Night-Shot. Und das iPhone 16 Pro hat dieses Vignette hier, das ist wirklich interessant. Versus auf dem iPhone 16. Es hat einfach den ganzen Skogen einen Gradient gemacht. Aber in der Qualität, sie sehen sie identisch. In der Qualität, sie sehen sie identisch. Ja, vielleicht sieht die Schärfe bei beiden Bildern identisch aus. Weil klar, Senjago ist es gleich. 48 Megapixel bei beiden Fotos. Aber dann spielt doch dann hier erst recht die Rolle, wieso jetzt die Ecken bei dem 16 Pro auf einmal so abgedunkelt sind. Das ist doch dann gerade das Hauptmerkmal, wieso das iPhone 16 doch dann hier besser ist. Ich will doch bei einem Himmelfoto dann auf einmal nicht schwarze Ecken haben. Also bitte, hier gewinnt ganz klar das iPhone 16. iPhone 16 Pro Models are clearly the ones you should be buying if you really care about the camera quality. So, jetzt kommt mal an mein Fazit. Samra hat gesagt, wenn du wirklich über Kamerakualität, wenn das dir wichtig ist, dann solltest du dir das iPhone 16 Pro kaufen. Die Bilder, die sie mir gerade gezeigt haben, sagen mir genau das Gegenteil. Das einzige, was ich jetzt sagen kann, falls du die 5x Zoom-Linse haben willst, dann musst du mir das iPhone 16 Pro kaufen. Denn das halbe Video hat gefühlt daraus bestanden. Aber jetzt mal meine Begründung, wieso du dir das iPhone 16 Pro kaufen solltest. Denn es hat nämlich noch andere Vorteile, die viel wichtiger sind. Nämlich, das iPhone 16 Pro besitzt einen RAW-Modus, was das iPhone 16 nicht besitzt. Das kannst du dann oben einstellen, 48 Megapixel, und kannst dann damit Fotos aufnehmen. Ist dann zwar noch nicht alles manuell und kannst die Belichtungszeit alles noch nicht einstellen, aber das, was du machen kannst, ist dann in der Nachbearbeitung Kontrolle über das Licht zu haben. Du kannst dann also diese hochgebrachten Schatten, die Apple ja automatisch schon mal hochbringt, dann selber in Lightroom dann wieder runterregeln. Das mach ich dann auch gerne mal mit meiner richtigen Kamera bei dann so welchen Shots wie diesen, wo ich dann auch einfach dann mal die Schatten sehr, sehr dunkel haben will und dann nur das Motiv im Fokus haben will. Was bei dem iPhone 16 Pro noch besser ist, ist der Videomodus. Denn da gibt es ein Log-Format, womit du deine ganzen Videos colorgraden kannst. Das gibt's bei dem iPhone 16 nicht, womit du aber mit dem iPhone 16 Pro eine viel, viel bessere Videokalität hinbekommst. Wurde in diesem Video auch nicht erwähnt, obwohl das eigentlich eines der wichtigsten Features des iPhone 16s ist, 16 Pros ist. So, wer jetzt aber seine Fotos und Videos nicht noch im Nachhinein bearbeiten will, die Fotos im RAW oder die Videos im Log-Format, dann, wie gesagt, ganz klar das iPhone 16. Denn ja, ihr habt jetzt zwar keine 5x Zoom-Linse, aber das braucht ihr auch eigentlich nicht. Diese 5x Zoom-Linse, ja komm, ihr könnt dann reingruppen und könnt dann vielleicht einige Sachen lesen, was ihr dann mit deinem eigenen Auge vielleicht nicht lesen könntet. Und zweites Argument, das iPhone 16 Pro besitzt jetzt nur noch eine 5x Zoom-Kamera und keine 3x Zoom-Kamera, wie es noch in dem iPhone 15 Pro war. Das fand ich viel, viel besser. Denn wie gesagt, jetzt habt ihr von der Range von 3x Zoom bis 4,9x Zoom ein schlechteres Bild. Es ist jetzt einfach reingecroppt von dieser 1x Zoom-Kamera und es ist einfach nur noch i. Dieses Problem gab's bei dem iPhone 15 Pro noch nicht, da dann nämlich direkt bei 3x die 3x Zoom-Kamera eingesprungen ist. Und jetzt auch mal ganz ehrlich, ich fand diese Bilder in diesem iPhone-Vergleich alle ungefähr gleich aussehen, außer jetzt diese Zoom-Bilder. Also wer das braucht, bitte kauft es euch, weil dann seid ihr auch nicht mehr zu retten. Aber wie gesagt, die Bilder sahen ungefähr gleich aus, habt ihr ja auch gehört. Die Portraits, da konnte er selbst keinen Unterschied merken. Wenn ihr heute das Geld sparen wollt, dann kauft euch ganz klar das iPhone 16, wenn nicht sogar das iPhone 15, außer jetzt die Ultra-Weit-Winkel-Kamera, die jetzt auch neue Makro-Bilder schießen kann. Aber gut. Das war's ja erstmal mit dem anstrengenden Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und all weiter. Ich verabschiede mich. Ciao.